Ich heiße Gennady Trigitke. Ich bin als Hausmeister hier im Städtischen Altenheim Lüri beschäftigt und ich bin seit fast 17 Jahren schon dabei. Meine Hobbys sind, also ich habe einen schönen Schrebergarten und da gibt es viel zu tun, jetzt nach der Winterpause. Heute ist Montag, also es ist sehr viel los nach Wochenende und da muss ich gleich Heizungsraum kontrollieren. Getränke verteilen, Wäsche machen und im Garten auch kontrollieren, Blumen gießen und pflanzen. Also wir haben fast Sommer vor der Tür stehen und das sind meine Aufgaben. Wir sind jetzt hier bei Frau Linde, also Frau Linde hat Probleme mit dem Fernseherempfang und das ist nicht nur manchmal Fernseher, es gibt auch andere Sachen zu erledigen. Also Abfluss, da muss man immer auf alles bereit sein. Also das Besondere ist, dass ich auch, ich habe eine flexible Arbeitszeit, da kann ich besser mit meiner Familie planen. Also ich habe zwei Kinder und im Altenheim ist das so, da muss man nicht nur handwerklich begabt sein, sondern auch menschlich mit Bewohnern umgehen können. Ich arbeite sehr gerne für das Sozialholding, weil meine Arbeit wird wertgeschätzt hier. Ich bin glücklich hier und ich habe super nette Arbeitskollegen. Basalierung Untertitelung des ZDF, 2020